Ich bin Thomas Pospischl. Ich arbeite dort schon sechs Jahre in der Golf Lounge. Insgesamt schon seit zehn Jahren als Golftrainer unterwegs. Die Zusammenarbeit mit meinen Schülern ist mir besonders wichtig. Die Person kommt meistens zu mir, weil sie ein bestimmtes Schlagproblem hat und möchte die Person nicht aus der Stunde rausgehen lassen, ohne dass die Person weiß, wie das zu korrigieren ist. Wirklich individualisiert den Weg zu zeigen, das ist immer die Schwierigkeit für mich als Trainer. Ich würde sagen, es gelingt mir sehr, sehr oft und dann ist es auch eine tolle Erfolgsstory für beide Seiten.